Ich habe es ihm richtig gegeben, Morten, cool. Oh yeah, Alter, boah! Nachdem ich diese Clash-Strake, die sind unfassbar viele Probleme hatte, habe ich jetzt dieses unfassbar geile 3,3 Goblin Demonshire Kobold-Fast-Cycle-Deck rausgefunden, beziehungsweise kopiert und es hat wirklich unfassbar gut im letzten Stream funktioniert. Warum dieses Deck so unfassbar stark ist und warum der Goblin Demonshire für mich zuerst die beste Karte in ganz Clash-Strake ist. Das siehst du im heutigen Video. Wenn du solche Videos zu mir nicht verpassen willst, gerne den Kanal, kostenabonnieren und trage dich auch sehr, sehr gerne. Ja, create a good Morten im Shop ein, in jedem einzigen Supercell Game. Kuss geht raus und jetzt gehen wir rein in die Games mit Lockbait. Danke, Markus für den Nashi-Kuss. Jungs, es wird Zeit loszulassen. Wir gehen rein. Wir müssen jetzt hochkommen, heidi gala Lockbait. Lockbait wird jetzt meine Season retten. Lockbait wird jetzt meine Season retten. Kimmelbogen. Sehr gut. Könnte, äh, Dings sein. Kimmelbogen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal mit der Koksnase, weiß ich nicht. Aber du bist da. We are Helden tonight, guys. Do you understand that? Okay, Lock. Spielt er eigentlich Pimmelbogen, oder nicht? Das nervt. Uuuuh. Das take ich natürlich. Komm. Einmal die Mollischer rein. Der Sehbogen. Ein Hit. Äh. Ah, nochmal zu Tesla. Ja, ist okay. Ist okay, wir führen. Wir sollten ihn eigentlich in der Kontrolle haben. Komm, wir wackeln nochmal mit den Titten. Und dann gehen wir rein. Hm. hmmm also not gonna lie guys im wie broken ist der fucking goblin demolisher es nervt we are heroes tonight we are heroes tonight skitties nein ich habe nichts getrunken aber ich habe seit ungefähr 10 stunden die brille auf deswegen dachte ich mir jetzt kann ich sie auch anlassen ja ist ok ist ok gestern kein stream es kam doch gestern im stream oder nicht dann bin ich dumm gestern kam noch im stream hast du meinst lustig aber ich habe noch länger als 0 gestreamt also kam gestern stream oder war ich vor 0 es nervt es ist echt lustig wow pipo noten sehr gut es nervt allow me in chat allow me in chat allow me in chat sehr geil ja nerv mich nicht du expo lampe wieso werde ich jetzt von irgendwelchen qataris auf twitter beleidigt das nervt nur weil ich gesagt dass sie ihr maul halten sollen oh man boah ne jetzt nicht oh junge und das ist halt der grund warum ich in den top 5000 gammel weil es nicht sein kann dass ich jedes mal 6 minuten schwitzer games spielen muss junge schon wieder x bogen es ist so langweilig dieses defensive rumgekasper vor allem digga ist es nicht übelst dämlich digga was die sagen weil die fucking die regen die sagen das wetter in deutschland ist arsch und mussten wir nicht die qatar wm verschieben weil das wetter im sommer da so arsch ist dass man da nicht spielen konnte hä naja digga aaa katar wirst du längst eigentlich sitzen ja selbst im sommer war es der 50 grad oh man was er mit dabei aufgefallen ist so ich habe ein bisschen heute ich habe heute in meinem heute beim auto und habe nachgedacht mir ist aufgefallen gott und die molischer ist geisteskrank op also kommen die molischer ist wirklich real web geisteskrank game breaking es braucht einen fetten nerf und da habe ich mich auch über habe ich mich so gefragt welche evo kam eigentlich dieses season raus ich habe einfach vergessen dass kobold fast evo dieses season raus kam kobold fast evo ist ja sowas von tot egal lieber tod als op dachten sich die qataris auch bei der wm jetzt geht es rein ja sollten wir nicht gewinnen auf dauer jetzt meine nacht ich rette eure nacht oh ok sehr gut wir spielen es bisher crispy clean morgen könnte wieder top 1000 clasher werden ein junge mit einem top 1000 traum wenn als jungfrau sterben die dies das ding ist solange wir führen wird er nicht führen dann könnten wir das game gewinnen der connectiert immer muss aufpassen auf der anderen seite kommt auch wieder ein goblin die malscher ist so baste das ist wirklich geisteskrank das ist die rocket sehr gut sehr 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 gut gehen habe ich voll gespielt klar man er war ein wichser bitte nicht noch mal x bogen ich habe es wirklich nicht mehr ja wisst ihr was auch ein skandales chat ich weiß nicht ob es mitbekommen habt da ja so viele karten rauskamen in clash royal was natürlich sehr sehr schade ist haben sich dazu entschieden aus den season shop buch rauszunehmen und dafür in magic zu nehmen warum weil wir ja schon mittlerweile extrem viel gold bekommen haben durch das event das heißt wir kriegen noch mehr gold und karten kriegen wir jetzt nicht weil die bräuchte man ja danke sowas das heißt jeder wird ein bisschen gold haben aber er kann die karten eh nicht upgraden weil die gar junge ha 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 oh mein gott oh mein gott pivo schere digger die hat noch mal bauleit es nervt ich habe eine normale brille vergessen im autofahrt als ich musste gerade weil es war alles dunkel es hat gewittert bin ich musste ich so autofahren das kann es nicht legal sein macht sich zu hause naja nitra die menschen man verliert gegen solche richtigen kakita jena oder kopp gegen solche kakita hier nicht weiter und ist deswegen nicht im achtelfinale oh man ja 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 Uuuuh Sieht gar nicht mal so gut aus, wenn ich drüber nachdenke Sieht eher nach Pivoshé raus Hat er einen Big Spell? Wenn nicht, dann könnte ich es noch gewinnen Man, es nervt! Der kann doch keine Rakete haben Der hat viel zu wenig Karten Chat sagt mir, dass er keine Rakete hat Dann können wir es noch gewinnen Alter, das war ja balanced Warum ist Evo Tesla immer noch so balanced? Das nervt Ich schweiß jetzt die Raketen rüber, Chat Wie ein richtiger Mann Jetzt gibt es die Mana Rockets Ja, ich weiß, es ist eine nervige Spielweise, was wir machen Okay, ich glaube da, das ist das Wichtige Barrel, genau Ist da das Fake Barrel, das heißt wir führen Salam Aleikum Salam Sollen wir jetzt eigentlich noch holzen? Das war nicht gut von ihm Okay, sehr gut, GG's Sehr gut, hat mir gefallen Warum bist du so low? Na ja, warum bist du so ein Wichser? Auch eine gute Frage Man, meiner Poison könnte krachen Ich hab's ihm richtig gegeben Morten, cool Oh yeah, Alter Boah Yo Habt ihr das gesehen, Leute? Boah Boah Eigentlich müssten wir jetzt wie bei Straßen und so Woah 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 Ups Oh man es nervt ja okay es geht noch klar aber es nervt jetzt kann man kann auch college nur morten royal fans sein warum ist college nirgendwo im urlaub es nervt was er kennt ich mal um egal das wusste ich nicht der one shot princess nicht mehr wusste die das chat ich wusste es nicht deswegen bin ich vielleicht aus den top 1000 getötet aber es nervt man wusste ich das nicht aber wir brauchen eine rocket karl reitet gerade in lava und idealer hier noch sind wir am leben aber es ist halt wirklich pippo dead g alle doch mal alles anspannen chat ok spart noch mal alles an pippo anspannen es nervt und ne dega das ist halt uncool jetzt habt ihr noch respawn aus der situation ich kann das alles nicht mehr ist das dumm es ist halt wirklich so dämlich ist es wirklich so dämlich deswegen ist zwei rockets reichen halt nicht mal und er gibt mir die rocket und ich treffe ihn nicht weil ich nicht damit rechne dass er mir die rocket er läuft trotzdem getroffen omega ob ich ein bisschen es reicht nicht ja was passiert es reicht war mal ganz kurz ganz kurz doch es reicht wusste ich doch match point wie normaler thomas nervt nicht schon wieder xbogen wo ist es wirklich dass er xbogen ist ja wirklich so abfahrt oh je alarm vor dach für 20 people lieben das ding ist dass er den normalen tomat ist das hilft ja es kann man doch auf die situation aber hilft sie halt weil dann der mensch der lich hat es ganz einfach irgendwie Boah, hätte ich überlebt, das wäre geil, vielleicht findest Gees nice gewesen in der Situation. Ähm... Pfff... Ja... Hm... Die Worte es nerven, es nervt. Halt irgendwie Damage, ne? Habe auch hier Mord mit Gefeuer recycelt. Halt. 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 You used to be top ten most of the time. Yeah man, I always, I also used to enjoy the game a lot more. You know? Oh man isser dumm. kurze meinung zu hobbyhorcing was ist hobbyhorcing bro es ist ein pferd haben oder was ich hasse pferde die stinken uns hässlich die sehen wissen aus wie salo die fehlgruppe ist jetzt ich war auch schon oft in meinem leben besoffen ich sage euch ganz transparent also wirklich schon richtig krass besoffen dass ich kurz davor war also wo ich da wo ich komme alles ausgekotzt habe und so aber selbst wenn ich übelst so mein peak besoffenen sein kann ich immer noch besser schreiben als viele aus dem chat also nicht so viele so mit viele meine ich schere es nervt ich komme die maulcher nervt auch auch gar kein damit auch geil mit rockel da muss ich auch schmeißen neben das ist am zeige ich habe gehofft dass niemand das argument bringt es nervt ich brauche drei raketen er braucht mehr als drei raketen oh mein gott war das knapp ich habe gehofftan die bei mir ordentte du dein du 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 und ru du WAH! 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 Ja, ja, ja!